Ich lerne Deutsch. Nummer 13.396 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Ich trainiere jeden Tag im Boxclub. Das macht mich fit für jede Gelegenheit. Wie oft benutzt du dein Auto? Wie oft benutzt du dein Auto? Ich habe lediglich mein Passwort vergessen. Ich habe lediglich mein Passwort vergessen. Betont, dass das Problem nur im Vergessen des Passworts liegt und nichts Komplizierteres ist. Manchmal ist ein Geschenk einfach nur Zeit, die man miteinander verbringt. Manchmal ist ein Geschenk einfach nur Zeit, die man miteinander verbringt. Kinder entwickeln schon früh die Fähigkeit, sich mit Begeisterung auf Neues einzulassen. Kinder entwickeln schon früh die Fähigkeit, sich mit Begeisterung auf Neues einzulassen. Der alte Eisenbahnwagen steht auf einem Schrottplatz. Der alte Eisenbahnwagen steht auf einem Schrottplatz. Wir müssen noch einmal über das Computerprogramm sprechen. 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 Es ist eine Änderung erforderlich. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like.